Mit Engel Simlink verbinden wir erstmals die digitale Welt mit der realen Welt. Gemeinsam mit Autodesk Modeflow ermöglichen wir die Simulation zu verbessern, durch den dass wir die Messdaten direkt von der Maschine in Modeflow integrieren, aber andererseits ist es viel wichtiger um die Simulationsergebnisse direkt auf die Maschine rufzuspielen und damit den Einstellprozess deutlich zu verkürzen. Konkret gesagt berücksichtigen wir in der Simulation die Grenzen und die Raten der Maschinen und können direkt aus der Simulation Teile-Datensätze exportieren, welche wir in einem zweiten Schritt auf der Maschine importieren können. Im nächsten Schritt, wenn Analysen auf der Maschine passieren, können wir die Messdaten aufnehmen und von dort direkt diese Messdaten als Eingangsdaten in Modeflow verwenden. Wir haben Autodesk Modeflow als Partner gewählt, um mit zwei Weltmarktführern in die berechte Digitalisierung wirklich gemeinsame Schritte durchzuführen. Die großen Vorteile bestehen darin, dass der Kunde eine Datendurchgehigkeit hat und zwar ist es zum Hochfahren des Werkzeugs deutlich kürzer benötigt. Die Informationen aus der Simulation werden nicht weggeschmissen, werden nicht ausgedruckt, müssen nicht übertragen werden, sondern wir nehmen die Informationen aus der Simulation her und nutzen die eins zu eins in der Maschine. Das spart Zeit und gehen!